Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Na Luke, mach da richtig langsam, mach da richtig langsam, mach sicher, bruder. Mach sicher, bruder! Ich springe auf die Dänger raus wie eine Frau, Mann. Langsam peinlich, Digga, ich bin jetzt in einer Fetzung dieses Dreckstwerden. Ich bin übrigens der Gotti. Jo, wie was? Hä? Oh, das ist gleich ein Digga. Die haben alle das zeitlich nicht geschafft. Von der ersten Runde direkt ins Finale, jo. Oh, nee, oder? Nee, schon wieder, Digga. Ich und Jonas, wir rennen rechts rüber und versuchen, die Fest zu halten. Und ihr beide lauft durch. Ich hab schon mal einen fest gehalten. Den, den krieg ich auch noch. Ich hab einen richtig tot. Ich hab einen richtig tot. Big. Halt dich fest. Fabian, du musst den ficken irgendwie. Er hat gechockt. Also, du musst... Ja, du... Oh! Alles gut. Alles gut. Fabian. Nein! Ja! Nein! Das ist ein Witz. Aber dass ihr das so lange braucht, kann ich nicht wissen. Aber das ist, wenn ihr das so lange braucht, kann ich nicht wissen. Was? Das ist, wenn ihr das so lange geschissen. Ja, ja, ja. Komm, so. So geblockt. Ey, ihr wart auf den Scheißen. Aua. Jascha. Jascha! Nein! Jascha! Fabian, ich hab's geschafft. Du nicht. Zoffe erst, zweiter. Lol. Bam! So gut, Digga. Boys, you made a great job today. Oh, was ist Luke denn? Oh, ist Fabian? Digga, ich bin 15 Mal runtergefallen. Jascha hat mich komplett gekillt. Das ist alles Jascha schuld. Meine These, Jascha hat den Kleinsten. Halt dich fresse, ihr. Komm rüber, wir halten nebeneinander. Digga, wie lange denn noch? Wir sind raus gerade, wir sind raus gerade. Ihr müsst ins Ziel. Ja. Nein, Jonas. Digga, Jungs, ihr seid beide so schlecht. Das ist unfassbar. Ich bin so noch runtergefallen. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Warte mal, ich bin so schlecht. Ihr seid beide da. Bitte, nein. Hallo! Get it. Aber guck mal. Du musst. Jetzt fängt! Oh mein Gott, Digga. Ja, dick, fick dich, Jonas. Ohne Spaß. Ich habe ihn. Wir gehen nicht auf, bevor wir einen Sieg haben, weil das ist gerade echt peinlich. Wir sind bei einer Stunde 20 Aufnahme, Digga. Ich kann nicht mehr. Ja. Wir gehen nicht auf, bevor wir einen Win haben. Jungs, ich führe. Ich bin der F... Vorne. Wie viele Punkte habt ihr geholt? Da mal durchgeben. Plus 12 habe ich. Ich habe 8. Äh, 2. Ja, Luke hat auch 2. Was willst du jetzt von meiner Eier? Ich habe 14. Ich habe nichts, du. Das wird die magische Runde, Jens. Ich fühle es doch. Ich fühle es doch. Was muss ich machen? Einfach nur leben. Ich muss da hinten auf die Insel irgendwie raufkommen, Luke. Da hinten. Weißt du, siehst du nicht? Wie geht das? Da musst du irgendwie rauf. Ja, musst du ausprobieren. Ich bin runtergefallen. Nein. Nein. Ey, ihr wollt erst zur Insel gehen. Ja, ja. Als erstes. Du bist ausgeschieden. Luke. Ich schwöre dir, Racker. Luke, Digga, das ist so... Mann, Digga. Also, nein, wir tauschen Luke gleich aus. Wir lassen Chatschi wie die spielen. Ich spring auf die Dinger rauf wie eine Frau auf meinen... Oh, Luke. Jetzt musst du zur Kanone da. Nein, ich muss hier drauf überleben. I'm alive. I'm not longer alive. I'm alive. So, Jonas. Du hast nur ein Leben. So, das ist das. Ja. Das ist das. Du hast nur ein Leben. Wir haben mich jetzt einmal getragen und jetzt beweisen im Finale, warum du der Goat bist. Wir sind aber auch gar nicht im Finale, Digga. Wie? Wir sind jetzt erst im Drittelfinale, Junge. And let's go. Oh. Warte, was? So, ja, jetzt haben wir dich getragen. Jetzt darfst du performen. Freie Böse. Das ist Cap. Das ist Cap. Wir sind nur zu dritt. Okay, das ist gut. Über uns. Über uns. Hier, wo ich stehe. Was ist ich jetzt? Ich hab ihn rüber. Ich hab ihn rüber. Die haben einen Punkt. Die haben einen Punkt. Ey, guck dir auf die Bälle. Oh mein Gott. Wie ging der denn rüber? Nein. Ich hab ihn fast so gedacht, Digga. Ja, das war's ja komplett. Ewiger Zweiter. Wie oft haben wir Zweiter? Waren er vier oder fünf halt Zweiter? Fünf. Crazy. Ja, ich werd durchge... Jo, alles gleich hin, Diggi. Du auch? Ich war komplett durchgeknetet gerade. Ich fühl's bei diesem. Der ist es. Nein, das hast du bei den letzten vier auch schon gesagt, Mann. Hallo, ich stehe hier rauf. Warum? Warum zieht er sich da auf einmal hoch? Warum macht er jetzt Workout, Digga? Zweimal in Folge. Luke. Luke. Oh, die Dose. Oh, nee, oder? Digga. Wir können dich nicht die fünfte Runde danach verkacken. Ich helfe dir doch, großer. Luke. Die Dose. Luke. Nicht dein Ernst. Luke. Oh, nee, oder? Jay, Fischi. Jonas, mach mir da. Oh mein Gott. Jonas, du kannst jetzt eine Legende werden. Von denen sind aber auch schon zwei tot. Jonas, mach dich unsterblich. Oh, Jonas. Und Jonas, Eier tot. Nein. Der Quarkige. Es ist der ewige Zweite. Es ist der ewige Zweite. Oh, nice.